Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer Server-Administrations-Reihe. Heute wieder mit einem tollen Thema, doch bevor wir starten, noch einmal ganz kurz einen Shoutout an unseren Koop-Partner, nämlich Hetzner. Bei denen haben wir den Server, den man halt für Server-Administration braucht, natürlich gemietet. Beziehungsweise ich habe ihn für diese Tutorial-Reihe euch gratis zeigen dürfen. Und ja, für euch haben sie auch tatsächlich mit dem Link unten in der Beschreibung ein tolles Angebot, nämlich ihr habt keine Setup-Gebühren. Wir benutzen in diesen Videos den AX41 NVMe-Server und ja, auch den könnt ihr natürlich selbst euch holen. Und wie gesagt, die Setup-Gebühren fallen für euch raus. Und das ist was ganz Besonderes, ich bin da sehr glücklich drüber, dass wir so einen coolen Partner an der Seite haben. Deswegen hier nochmal einen riesen Shoutout und jetzt geht's los mit den Videos. Unser wundervoller neuer Server, der schon mittlerweile einen NGX Reverse Proxy am Laufen hat, bekommt heute einen Synapse-Server. Das heißt, einen Matrix-Server im Endeffekt. Synapse ist eine Implementierung davon, allerdings nicht die einzige selbstverständlich. Und ja, wir wollen das heute zusammenbauen. Dementsprechend, wir haben alle Vorfelder schon installiert. Wir haben diesen Reverse Proxy, wir haben NGX Reverse Proxy fertig. Wir haben Docker natürlich installiert und wir haben ein ganz normales Debian. Was wir also machen ist, wir bauen uns einen neuen Unterordner und wir gehen da selbstverständlich rein. Ich hab den jetzt mal Synapse genannt, aber ist völlig egal, nur dass wir eben wissen, was da drin ist. So, wir wollen hier selbstverständlich auch wieder eine Datei reinpacken. Und zwar eine Docker-Compose.yaml. Das heißt, was ich hier mache ist, ich schreibe mir eine Docker-Compose.yaml und die möchte ich dann auch editieren. Ihr könnt das wie gesagt auch selbstverständlich hier drin mit Wim oder mit was auch immer ihr wollt editieren. In meinem Fall ist das allerdings so viel, viel einfacher. So, und das hier ist unsere Variante des Synapse-Servers, die natürlich noch nicht komplett fertig ist hier. Aber, genau, ich erkläre nochmal ganz kurz, die Version haben wir hier oben eingetragen. Wir sagen hier, ey, es gibt einen Synapse-Server. Das Image, das wir verwenden, ist matrix.org Synapse Latest natürlich. Dann haben wir hier Containernamen Synapse und wir inkluden die Daten an Slash Data. Ja, das müssen wir gleich noch erstellen. Dann haben wir hier the-morpheus.bits als Domain. Aber das kann natürlich für euch sein, was auch immer ihr haben wollt. Und unser Port sollte auf jeden Fall 8008 sein. Das ist einfach bei Synapse so festgehalten, dass die Port 8008 verwenden, standardmäßig. Und dementsprechend würde ich das so lassen. Ihr könnt hier selbstverständlich auch eine Subdomain haben. Ich empfehle eigentlich ganz gerne matrix.the-morpheus.bit. Das heißt, die werde ich hier jetzt auch mal eben verwenden. So, dann haben wir unseren Let's Encrypt Host, der genau derselbe ist. Und den Synapse-Servername, den ich vielleicht auch verwenden würde, wenn ich ihr wäre. Also, das sollte normalerweise einfach derselbe sein. Okay, wir reporten Stats und unser Netzwerk, das wir letztes Mal erstellt haben, schon, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt bitte danach, heißt Server. Wir sagen auch hier wieder, ey, unser Netzwerk heißt Server. Bitte verwende es extern. Das haben wir letztes Mal schon erstellt. Das läuft auch schon. Und dementsprechend müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Okay, jetzt haben wir das fertig. Jetzt können wir das speichern. Jetzt gehen wir wieder mal natürlich in die PowerShell rein und übertragen. Das ist noch vom letzten Video übertragen. Das ist einfach auch wieder. Allerdings will ich diesmal eine andere Datei übertragen. Und zwar nicht diese hier, sondern diese hier. So, perfekt. Und das übertragen wir auch wieder hierher und einmal kurz den Key eingeben. Und ja, jetzt sollte das drin sein. Jetzt kann ich hier das Ganze mir auch wieder rüber kopieren. Und zwar aus, wo sind wir? Home Morpheus Docker Compose an unseren Ort namens Docker Compose. So, jetzt sollten wir das hier drin haben, wenn wir uns das mal kurz angucken. Perfekt. Das sollte soweit passen. Jetzt ist das soweit fast durch. Wir müssen jetzt noch einmal kurz das Data Directory erstellen. Ansonsten haben wir ein Problem, weil wir es hier als Data Directory eingebunden haben. Das liegt daran, dass die Konfigurationsdatei von Synapse erstellt wird und wir die editieren wollen. Wir werden das nicht selbst erstellen hier. Und dementsprechend sagen wir hier Docker Compose Run. Allerdings minus RM Synapse. Das heißt, wir internen das alte Synapse und machen es neu. Und zwar generaten wir das. So, und jetzt wird das runtergeladen und dann eben neu für uns erstellt. Gut, genau das heißt es hier auch. Generating Config File in slash data slash home server.yaml. Und generating Signing Key File in data matrix.morphous.bits. Signing Key. A config file has just been generated, bla bla bla. Und wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz an. Wir gehen in Data rein und sehen hier home server.yaml, die matrix.the-morphous.bits.log.config und den Signing Key. Der Signing Key ist jetzt weniger relevant für uns. Allerdings ist die home server.yaml. Die ist natürlich super interessant, weil das ist unsere Konfigurationsdatei von unserem Synapse Server. Das heißt, das, was unseren Synapse Server ausmacht, das steht alles in dieser Konfigurationsdatei drin. Wir werden uns nicht die ganze Datei angucken können. Wir schauen uns jetzt mal kurz drin um. Homeserver.yaml. Ach, doch nicht blau auf blau. Ach, Leute. Oh, oh, schlimm. Okay, ja, also wichtig ist, sorry. Also die Kommentare kann man quasi nicht lesen. Das ist ja furchtbar. Ja, müsste man ändern. Auf jeden Fall, wir haben hier mehrere verschiedene Varianten, die wir editieren können. Und zwar einmal hier den Server Name. Der ist allerdings schon auf matrix.the-morphous.bits gesetzt. Deswegen, das ist in Ordnung für uns. Und wir sehen hier noch, dass wir im besten Fall noch irgendwas haben hier, oder? Da halt was. Ne, das ist. Hier, TLS false. Das heißt, wir kommunizieren durch Port 8008 und wir benutzen kein TLS. Und ja, das hört sich bescheuert an, ist aber absolut richtig so. Also wir wollen kein TLS benutzen, weil wir das Ganze über einen Nginx Reverse Proxy machen. Und der kümmert sich um die ganze Kommunikation für uns. Da müssen wir nichts mehr damit machen. So, ähm, und ja, wir sollten noch eine Sache machen hier. Und zwar, nein, das nicht. Templates Retention. Uiuiui. Caches. Ähm, Sekunde, ich suche mal kurz eben die, äh, die da, die Sache. So, ich habe eben mal die Enable Registration auf True gesetzt, damit man sich auch registrieren kann. Ansonsten ist das relativ witzlos für uns. Ähm, aber ja, das muss jeder Serverbetreiber für sich auch wissen, ob neue Nutzer da sich anmelden können oder auch nicht. Ihr könnt das auch auslassen und dann eben neue Nutzer nur von Hand anlegen. Das geht. So, ähm, das heißt, das sind jetzt unsere Daten für unseren Home Server. Und, ja, jetzt haben wir soweit alles fertig, was wir brauchen. Jetzt ist für uns noch wichtig, wir wollen das ganze Ding abanschalten. Zumindest mal spontan, ganz kurz. Stalker Compose ab minus D. Warum nur ganz kurz? Naja, wir sind noch nicht fertig. Ähm, wir wollen es allerdings mal ganz kurz testen. Okay. Für den kurzen Test gehen wir also in unseren Browser und geben dort Matrix.the-Morpheus.biz ein. In eurem Fall dann natürlich eure Domain. Und dabei sollte rauskommen, Matrix, it works, Synapse is running. Jetzt ist allerdings eine wichtige Sache hier zu beachten. Das wird nur funktionieren, wenn ihr in der Konsole H nochmal euren DNS-Eintrag ändert. Dazu gehen wir hier auf Record hinzufügen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und rausgeschnitten, weil die Übertragung, wie gesagt, bis zu 24 Stunden dauern kann. In unserem Fall waren es jetzt zwei oder so. Nee, es war weniger. Egal. Auf jeden Fall Record hinzufügen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, die, also hier oben bei Hostname einfach Matrix einzutragen. Dann bedeutet das Matrix.be-Morpheus.biz. TTL einfach freilassen. Und Ziel ist dann eure IP-Adresse. Sprich 65. Irgendwas mehr. Keine Ahnung. Und damit habt ihr dann, achso ja natürlich. Und damit habt ihr dann euren DNS-Server soweit angepasst. Das muss dann übertragen werden. Das könnt ihr über einen einfachen Ping zeigen. Ich habe das hier jetzt tatsächlich einige Male probiert, weil ich gewartet habe. Und wenn dann tatsächlich der Ping ausgeführt werden kann, sprich wenn euer Ping, also Ping, oh das ist ziemlich klein für euch, ne? Ping Matrix.the-Morpheus.biz, wenn das durchläuft, also sprich wenn ihr hier eine Antwort bekommt und keinen Fehler hier bekommt, dann funktioniert das. Und dann könnt ihr hier auch euren Matrix-Server aufrufen. Und dann bekommt ihr auch dieses wunderschöne Bild hier. So, das heißt euer Element-Server, beziehungsweise euer Synapse-Server, muss man ja fairerweise sagen, der funktioniert nun. Allerdings sind wir natürlich noch nicht mal annähernd fertig. Wir sind ja gerade mal am Aufbau. Jetzt läuft Matrix, aber wir können noch nicht damit richtig interagieren. Beziehungsweise wir können damit interagieren, aber wir können es noch nicht richtig verwenden. Und ja, standardmäßig benutzt Matrix erstmal SQLite. Das sei mal dazu gesagt, wenn ihr PostgreSQL als Datenbank sehen wollt, was für größere Anwendungen durchaus sinnvoll ist, für kleinere Anwendungen oder für Testfälle, da reicht euch SQLite aber absolut aus. Deswegen würde ich es jetzt vorerst mal bei SQLite belassen und vielleicht ein weiteres Video zu PostgreSQL hinterherhängen. Sonst wird das hier einfach zu groß. Wenn ihr nun das Backend benutzen wollt, dann geht ihr erstmal in euer Element. Euer Element wird eure, naja, Möglichkeit sein, damit hin und her zu kommunizieren. Und ihr könnt ganz einfach Element.io benutzen oder ihr könnt die App runterladen für euer Mobiltelefon. Die App kann ich leider hier nur sehr, sehr eingeschränkt zeigen, weil das halt einfach vom Screen her nicht so gut funktioniert. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal auf Launch Element Web. So, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir wollen ein Konto erstellen. Und zwar bei einem Matrix-Server. Man hat quasi Element als Benutzeroberfläche für Matrix-Server, als eine von vielen Benutzeroberflächen übrigens. Fluffy Chat sei hier noch kurz erwähnt, mit denen hatten wir ja sogar mal einen Podcast. Und wenn ich jetzt auf Konto erstellen gehe, dann kann ich mich hier anmelden. Dazu wähle ich einen Home-Server. Und mein Home-Server ist selbstverständlich matrix.theminusmorpheus.biz. So, wir machen hier also fortfahren und wir sehen hier, jo, jetzt kann ich mir einen Benutzernamen anlegen. Zum Beispiel Morpheus und mein Passwort. Nehmen wir doch gerade mal das vorgeschlagene Passwort. Keine Sorge, ihr könnt damit nicht interagieren. Ich werde das sowieso gleich wieder löschen. Okay. Habt ihr hier auf Registrieren geklickt, dann landet ihr hier. Und das sind eure, naja, in unserem Fall Desktop-Benachrichtigungen. Nö, danke. Hilf mir, Element zu verbessern. Können wir machen, müssen wir aber nicht machen. Wie gesagt, die Daten werden anonymisiert. Element ist da sehr drauf bedacht. In dem Fall ist das für mich in Ordnung, weil ich sowieso zum Test habe. Und jetzt hab ich hier natürlich meine Startseite. Ich hab noch mit keiner Person geschrieben. Ich hab noch keinen Raum eröffnet. Ich hab noch keinen Space erstellt. Aber im Endeffekt ist Matrix und dadurch auch Element erstmal eine Art Chat mit Personen. Eine Art Raum oder eine Art Space, wo ich mit mehreren Leuten schreiben kann. Ihr könnt euch das Ganze wirklich sehr, sehr ähnlich zu Discord vorstellen. So, ähm, und jetzt brauchen wir allerdings noch, also ihr könnt hier schon komplett fertig kommunizieren. Das ist kein Thema. Jetzt müssen wir allerdings hier noch ganz kurz, ähm, eine Sache einrichten. Ansonsten funktioniert das nicht so, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt. Allerdings sei hier an der Stelle gesagt, für Schulen sind wir schon komplett fertig. Ihr könnt hier untereinander kommunizieren. Was allerdings noch fehlt, ist die sogenannte Federation. Federation bedeutet, ihr könnt auch mit Leuten von anderen Spaces kommunizieren. Das heißt, aktuell kann ich nur mit den Leuten schreiben, die bei matrix.the-morphois.biz angemeldet sind. Und das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Ich möchte auch mit Leuten von anderen Element Servern kommunizieren können. Das mache ich jetzt einmal so. Ähm, das heißt, ich muss Federation anstellen. Und dazu brauche ich eine neue Konfiguration. Witzigerweise nicht in, in unserem Server hier. Sondern, äh, ich muss diese Konfiguration in meinem Reverse Proxy eintragen. Das heißt, ich gehe mal kurz raus und sage hier CD, Punkt, Punkt, CD. Nochmal Punkt, Punkt, wo sind wir, gehen wir in Reverse Proxy. Okay, denn der Reverse Proxy, der braucht jetzt eine Konfigurationsdatei. Und diese Konfigurationsdatei, die muss ich erstmal erstellen. Ähm, was mache ich, indem ich hier eine Datei, ich nenne sie auf jeden Fall, muss die so heißen, Synapse minus, also Synapse minus Federation. Deswegen habe ich es vorhin so schön erwähnt. Genauso muss diese Datei heißen. Mehr muss das nicht sein. Einfach nur diese Datei. Und jetzt wimmen wir die einmal ganz kurz. Also wir editieren die. Und hier muss jetzt rein, ich inserte das mal, location, slash, Punkt, well, minus, known. Das ist der Ordner. Slash, Matrix, das ist, äh, Matrix. Das ist unsere, unser Matrix-Server. Und dann slash, Server. Das ist natürlich jetzt unser Server. Und hier rein muss genau dieser Code return 200. Also, okay. Ähm, und hier rein, was will ich zurückgeben, ist, ja, wir wollen gefunden werden, sprich, mein Matrix-Server, Doppelpunkt, also liegt an, an welcher Stelle liegt er? Na ja, Matrix.the minus Morpheus.bit. Bitte das für euch natürlich anpassen. An Port 443. Das ist der Standard-Port, den wir natürlich auch nicht geändert haben, sprich, dementsprechend können wir den auch lassen. So, ähm, die eckige Klammer schließen, die Anführungsstriche schließen, das ist quasi die Return-Nachricht, die wir zurückgeben. Hinten dran ein Semikolon, damit wir das sozusagen beenden können. Und dann noch hier unten die geschweifte Klammer beenden und schon sind wir fertig. So, das ist jetzt allerdings nur die Datei-Location, ähm, beziehungsweise die Synapse-Federation, ähm, Konfigurationsdatei für Nginx. Die können wir speichern und schließen, das heißt, Doppelpunkt, x-Ausrufezeichen, das, was ich gerade gemacht habe. Und jetzt kann ich hier reingehen und nochmal die Docker-Compose editieren. Das heißt, win-Docker-Compose. Ähm, und hier drin möchte ich bitte einmal ganz kurz die, ähm, dieses Volumen oder diese Datei noch mit einbinden, die ich gerade da drin hatte, dass die einfach hier drin ist. Also, was ich mache, ist, ich gehe einmal, äh, hallo? So, einmal nach ganz unten und wir fügen hier was ein. Einmal Neuzeile und hier möchte ich, ob das funktioniert, hier gebe ich das Gefühl, ich habe hier, ja, das, der Doppelpunkt wird mir dummerweise nicht richtig angezeigt, weil das Ding komplett blau ist. Aber, ja, er ist eigentlich da, wie wir sehen können. So, wunderbar. Ich wundere, okay, ähm, was wir jetzt hier machen, ist, wir machen ein Slash, äh, ein Bindestrich, sorry, Punkt, Slash Synapse, Minus Federation, Doppelpunkt, äh, und der Doppelpunkt wird mir wieder nicht angezeigt, aber das ist schon okay, Slash ETC, also das ist der, der Ordner, Slash Engine X, also unser Engine X Reverse Proxy, Hey, bitte, binde den als vhost.d, Slash, wo wollen wir es einbinden? Na ja, matrix.de-morphois.biz ein. Das heißt, binde den bitte so ein, dass dieses Synapse Federation, dass diese Datei, die wir gerade erstellt haben, für unseren Matrix-Server verfügbar ist, sprich, dass jeder, der nach diesem Matrix-Server sucht, den auch wirklich findet, also öffentlich findet, dass jeder weiß, aha, hier ist ein Matrix-Server und den können wir auch wirklich benutzen. Okay, und was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier wieder raus und speichere das Ganze, super, ähm, jetzt mache ich hier einmal das neu, und, ähm, jetzt wollen wir das Ganze natürlich neu starten, das heißt, docker minus, ups, compost, ab, Bindestrich, D, und zwar wollen wir unseren Proxy-Server neu starten. Ähm, und jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, das ist natürlich doof. So, ich bin natürlich dumm, ich hatte es hier unten hingeschrieben zu den Volumes, ich weiß auch nicht warum, ähm, natürlich soll das zum Reverse Proxy, ja, also zu unserem Engine X Reverse Proxy, das heißt, wir hängen hier einfach als Volume ein neues, ein neues Volume hintendran, ähm, das wir nicht namentlich benennen, wie wir es unten gemacht haben, sondern hier sagen wir einfach, ey, Synapse Foundation, die Datei, äh, Federation, sorry, die Datei wird eingebunden in nginx, vhost, d, und matrix.the-maufeis.bit, und, äh, jetzt habe ich das schon mal ganz kurz gemacht, und zwar habe ich da einfach docker, ab, minus, die Proxy gemacht, dann ist der Proxy neu generiert worden, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch unter verschiedenen Element-Servern miteinander zu schreiben. Ich aktualisiere jetzt hier einmal ganz kurz, und schreibe mal mit mir auf Element, von einem anderen Element aus. So, und wir sehen schon, ich habe das jetzt in meinem anderen Element-Account gemacht, hier steht jetzt dann, tatsächlich dabei, es tut mir sehr leid, ähm, dass ich von Morpheus, von matrix.the-maufeis.de angefragt wurde, und, äh, ob ich jetzt den Chat starten möchte, das ist unser normaler Matrix-Server, den ich normalerweise benutze, und, ähm, hier bekomme ich jetzt tatsächlich direkt eine Anfrage, ich habe hier nichts gemacht, ich habe ihn einfach nur angefragt. Jetzt hat natürlich der Matrix-Server unter the-maufeis.de sich dazu entschieden, einmal kurz bei matrix.the-maufeis.biz, also bei dem Matrix-Server hier, nachzuschauen, und eine Anfrage an einen gewissen Morpheus zu stellen. Und dadurch, dass ich jetzt Federation angeschalten habe, ist das möglich. Davor war das noch nicht möglich, jetzt kann ich hier auch einen Chat starten, ich schreibe jetzt mal bei dem anderen was, und sag, hallo, hallo, Morpheus. Tada, und da ist es auch schon. Ja, und das ist im Endeffekt die ganze Magie hintendran, jetzt könnt ihr euren Matrix-Server benutzen, achtet aber darauf, unser Frontend ist immer noch bei element.io, das ist also was anderes, aber ihr könnt Matrix schon nutzen, ihr könnt auch die Matrix-App nutzen, selbstverständlich. Wie gesagt, das ist nur das Frontend, das läuft völlig unabhängig vom Backend, und das ist das Tolle an Matrix. Cool, also ich hoffe, ihr hattet Spaß, es gibt natürlich noch so viel mehr zu entdecken, was Matrix angeht, wir haben ja gerade mal, ne, am Eisberg gekitzelt, ja. Wir haben weder ne SQL-Datenbank, also ne PostgreSQL-Datenbank, wir haben weder unser eigenes Element hier, wir haben, ähm, wir haben zum Beispiel auch noch überhaupt kein, äh, keine Kommunikation zwischen anderen Kanälen ermöglicht. Das heißt, wie wir von, äh, Matrix mit Leuten auf Telegram oder WhatsApp oder Signal chatten können, das haben wir alles noch nicht gemacht, ähm, das heißt, falls ihr daran Interesse habt, dann lasst es mich wissen, dann können wir das sicher noch irgendwie abklären. Und wenn ihr selber das Ganze wollt, hier nochmal mega der Shoutout an Hetzner, die einem einen solchen Server super einfach zur Verfügung stellen. Und, ja, dafür möchte ich einfach auch nochmal Danke sagen. Alles klar, das war's von meiner Seite, bis dann, ciao.